Hallo und herzlich willkommen bei FTW TV. Heute ist der 31.12. und ich möchte mal kurz mit euch darüber sprechen, was in diesem Jahr so passiert ist und was im nächsten Jahr auf sie zukommen wird in Bezug auf die Produktion, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit uns als Fertigungstechnik Böhnke. An dem Geschäftsmodell hat sich weiterhin nichts verändert. Wir sind immer noch Produzentfertiger für Drehteile bei den Maßen im Durchmesser von 150 mm x 285 mm. Ihr Vorteil darin besteht, sie sparen hohe Anschaffungskosten für die Maschinen und haben somit Zeit für ihre eigentlichen Kernkompetenzen. Also, was ist 2018 so passiert? Wir hatten eine eigens entwickelte App herausgebracht, die wurde leider nicht ganz so angenommen, aber ich werde für 2019 weiterhin versuchen, das Bestellsystem für Drehteile so weit zu optimieren, dass sie eine Einsicht in ihre Preise haben und somit natürlich wieder Zeit bei der Beschaffung sparen können, dass wir quasi von der Zeitoptimierung der Fertigung hin zu einer kompletten Bestellabwicklung ganz im Sinne der Industrie 4.0 arbeiten können. Was passiert jetzt 2019 alles? Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben zu den Kosten von Drehteilen, was für Sie als Einkaufgeschäftsführer, je nachdem, wer in Ihrem Unternehmen für die Beschaffung von Drehteilen zuständig ist, für den ist das Buch geschrieben. Hier habe ich die wichtigsten Tipps zusammengefasst, wie Sie die Kosten von Drehteilen optimieren können. Das wird als Hardcover-Buch entscheiden, also als physisches Buch, nicht als E-Book oder sonstiges. Das gibt es bei jeder Bestellung bei neuen Kunden mit dazu. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wie ihr, wenn ihr noch nicht Kunde seid, an das Buch kommen könnt. Ja, wenn ihr einmal schon mal reinschnuppern wollt in das Buch, ich habe hier auf YouTube eine Playlist zur Kostenoptimierung von Drehteilen und das Buch behandelt diese ganzen Punkte, die ich in den Videos anspreche, viel, viel tiefgründiger. Was wird noch passieren? Wir haben ein neues, selbstentwickeltes Werkzeugsystem für unsere Drehmaschinen entwickelt. Damit können wir sogar die Zykluszeiten mehr als um die Hälfte reduzieren und Sie als Kunde profitieren dadurch von niedrigen Stückkosten. Es ist noch am Testen. Ich denke mal, das wird Ende Januar bei uns schon in Benutzung sein. Ich halte Sie diesbezüglich auf den Laufenden. Was auch im Januar dazu kommt, wir haben wieder eine Aktion. Im Dezember hatten wir ja die Aktion zu den Rüstkosten. Diese konnten Sie sparen und im Januar haben Sie keinerlei Versandkosten bis zu einem Warengewicht von 100 Kilogramm. Also, falls Sie vielleicht große Lieferungen haben oder beziehungsweise eine große Menge an Drehteilen anfragen möchten, dann ist es ratsam, dies im Januar zu tun. Also, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2019 und viel Erfolg in Ihrem Privat- und Geschäftsleben. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2019 und viel Erfolg in Ihrem Privat- und Geschäftsleben.